Ja hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last of Us Remastered mit mir, dem Sascha. Danke, dass er wieder eingeschaltet wird und ich sage, wir starten gleich. Wir sind im Moment hier gerade im Labor unterwegs. Und ich bin dabei wirklich... Oh, der kratzt sich die ganze Zeit wie so ein Affe. Alles mögliche einzusammeln. Da liegt was. Röntgenbild des Pilzes. Jetzt muss ich mir angucken. Öh. Nicht schön. Okay. Hier war eben irgendwo eine Tür. Ich komme da durch. Oh. Ihr macht den Lärm hier. Ich frag mich, wo die alle sind. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weitersuchen, wir werden was finden. Genau, weitersuchen. Ah, da liegt da was. Vier Paralleletten, Laborbusrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Ups, Entschuldigung. Ach, nee, nicht. Ah, jetzt habe ich das Mikrofon dran. Vier Paralleletten, Laborbusrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja? Wenn irgendetwas wird die Freiheit erlöst, dann wäre ihr ansonsten. Ach, Mist. Oh, nein. Oh, nein. Der beißt. Oh, mein Gott. Haben wir hier gerade, ähm... Gut, dass wir die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Hier liegt auch wieder was. Ach, schon wieder so ein Firefly-Anhänger. Ich denke mal, dass ich davon nicht alle habe. Okay, weiter geht's. Nee, das hast du doch so... Ah, seht ihr das? Da ist eine Schöne. Das ist aber schon alles voll. Aber wir haben ein paar Upgrades. Noch irgendwo was. Kann es sein, dass der Virus hier entstanden ist? Gut, weiter geht's. Oh, oh. Das war mal ein Firefly. Wenn sie die Firefly suchen, sie sind weg. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Ah. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Der Kuhn! Alter, nein. Soldaten? Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Ah, da ist er. Du bist tot. Na? Wo geht denn das denn? Hallo? Ja, was hast du drauf, Mann? Da los! Ah, komm her! Wie geht denn das auf einmal nicht hier? Ist mein Controller kaputt? Mal aufstehen. Ah, jetzt geht's. Und bleib unten. Ich will aber die... Axt haben. So. Das waren das nur die zwei, aber der hat doch auf mich geschossen. Oh, nein. Ah, voilà. Ah, okay. Ah, okay. Drei, Zwo, Eins. Drei, Zwo, Eins. Ah, verdammt. Ah, kommt hier in Deckung. Ist da noch mehr? Da ist noch einer. Ist da noch mehr? Komm her. Ich zeig dich, wenn ich rauskomme. Verdammt. Jetzt gewinne ich keinen Blumentopf gegen dir. Ja, ist ja gut. Wo sind die anderen? Es waren da noch mehr. Was wollen die? Wer sind die? Warum nerven die mich? Komm her. Die Kleine ist echt krass drauf. Guck dir mal die Kleine an, ey. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Mieses Schwein. Kommen wir noch mehr? Ja. Okay. Weiter geht's. Ah, okay. Hallo. Was hast du gesagt? Wichser. Oh, du hast recht. Oh. Ah, nicht nein, 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 nein. Oh nein, ich steig dich! Ich steig dich sch·de mich! Komm, komm! Eli, haut den da... Au, uuha! Au! 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 Scheiße! Aua! Oh, da waren jetzt auch noch Zombies! Was? Oh ne, keine Zombies! Du musst mich hochziehen! Okay! Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Aaaah! Ei! Ei, 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 ei! Gehen wir einfach zum Pferd! Da ist keiner! Weiter! Joel, wie geht's dir? Es geht! Es geht! Kommst du durch das Fenster? Ja! Okay! Oh Gott! Komm schon! Oho! Ich glaub der... Warte schon an mir! Mist! Ah fuck! Okay! Du bleibst hier! Ich komme dann von der Seite! Ellie! Nein! Nein! Bitte nicht! Ah fuck! Los! Hör aus da! Machen wir's auf die harte Tour! Nein! Oh nein! Ich sterbe! Mist! Wir müssen dich hier raus schaffen! Ich bin okay! Das wirst du nicht, Joel! Nicht sterben! Und jetzt komm! Ellie braucht dich! Mach schon! Hier ist keiner! Schnell! Alter! Nein! Ich kann dich kaum noch bewegen! Oh Mann! Hier! Halt dich fest! Nein! Kannst du laufen? Ja! Dann lauf doch auch! Das wird doch nicht das Ende jetzt sein! Oh Scheiße! Los komm! Ellie braucht uns! Dich, mich, was auch immer! Der ist der Ausgang! Nur noch ein kleines Stück! Komm! Ja, aber dann! Dann sind wir draußen! Was ist dann? Oh Mann! Hey! Hey! Joel! Unter dir! Was? Ellie! Oh Scheiße! Nein, 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 nein! Bleib dort stehen! Oh Mann! Oh Mann! Die Zähne ist echt der Hammer! Oh Mann! Oh Mann! Alter! Na gut, dass wir dir die Waffe gegeben haben! Joel! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay? Wir gehen! Ich schwöre dir! Wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen! Träum weiter! Warte! Ich öffne die Tür! Lass mir Zeit! Ah! Los komm! Das überlebt er nicht! Ah, es geht doch! Das überlebt er nicht! Ups! Das überlebt er nicht! Die L.E.A. Und das Pferd. Scheiße, wie viel Blut der verloren hat. Oh nein, ey. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel ist nicht mehr. Und Hunde verbinden, Beine hoch. Scheiße. Winter. Aber ich weiß, sind noch keine 20 Minuten um. Aber wow, was für eine Folge. Es ist anscheinend noch nicht vorbei. Ob er es überlebt hat oder nicht, würde ich sagen. Ich weiß, es sind gerade mal 17 Minuten. Aber jetzt ist perfekter Zeitpunkt für ein Break. Ob er es überlebt hat oder nicht, erfahren wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ja, lasst das mal ein bisschen sacken. Die nächste Folge kommt schon morgen. Ich bedanke mich bei euch, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß, dass ich bei dem Spiel extrem leise bin und wenig sage. Aber das ist einfach diese Stimmung. Die kann man einfach nicht mit viel sprechen oder mit dummen Sachen belabern, zerstören. Also wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao. Ciao.